Ich habe es geschafft eine Führungsposition zu bekommen, weil ich sehr flexibel bin und es kann, mich in ungewohnten Situationen schnell zurechtzufinden und eine Linie reinzubringen. Den Job habe ich bekommen erstens, weil ich sehr zielstrebig bin, weil mir einfach verschiedene Kulturen interessieren, weil ich generell einfach ins Ausland gehen wollte und dementsprechend dann motiviert war, den Job zu bekommen. Ich glaube, ich habe unter anderem die Position gekriegt, weil ich schon viel gemacht habe in der Firma und mir einfach die Bereiche kennengelernt. Das sind genau die Bereiche, die ich jetzt als Abteilungsleiter machen darf, in denen ich vorher gearbeitet habe. Developer und Developerin kann man auch werden als Quereinsteiger. Das ist ein idealer Beruf für zum Beispiel Alleinerziehende oder für Frauen. Man muss nicht unbedingt ein IT-Studium mitbringen. Für sehr spezialisierte Tätigkeiten ist es natürlich von Vorteil, wenn man jetzt zum Beispiel Informatik oder Medieninformatik studiert hat. Es ist aber nicht zwingend notwendig. Für den Job ist ein Studium sicher von Vorteil, aber ich denke mir, es ist kein Muss. Bei uns im Unternehmen ist das glaube ich das beste Beispiel, dass jeder, der eigentlich hart an etwas arbeitet, alles werden kann. Bei uns ist es eigentlich für alle möglich anzufangen. Es gibt keine fixe Qualifizierung oder Ausbildung, die man braucht. Wir haben von Quereinsteiger bis Hotel, also alles Mögliche. Die wichtigsten Charaktereigenschaften sind Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und was für uns Developer sehr wichtig ist, ist Abstraktionsfähigkeit. Bei uns sollte man teamfähig sein, belastbar und ein Querdenker. Querdenker in dem Sinne, weil es nicht strikt nach Vorschrift geht. Ich brauche einfach ein gewisses Verständnis für das Arbeitsumfeld, damit ich mich gut zurecht finde.